So ein neun Video von Road to Redemption Mann, 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 Alter, das ist das letzte Video, war das aber echt, ey. Ich weiß nicht, ey. Perverse geht's doch nicht. Ich war am Ziel und... Nein. Nein. Ich habe das Ziel gesehen, aber natürlich, ich wollte nicht 25% verlieren. Habe auch den da vorne gezielt auf den ersten. Ich hätte eigentlich nicht drüber ziehen sollen, aber ich hatte gerade keins mehr. Ich hätte, ja. Vielen Dank. Ich liebe euch die Leute, boom! Ja. Was sagen, was jetzt nur wie den... ...Tommy da hält. Ja. Das ist nur was der Kinderkacken einfach. Aber wenn jetzt nicht alle da rumspülen... Das muss ich natürlich nicht... ...ich kann ja... ...ich kann ja... ...ich kann ja... ...Geh doch. ...Geh doch, geht doch, geht doch. ...Geh doch, geht doch. Ja, ich werde mit den Koopern gehen. Das war es eine schlechte Idee, um mit einem Jackal zu schlafen. One less Reaper, don't worry a bit. Great job. The Reapers will be hurting for a while after these losses. Get off. I've sent a few of our boys to help you out. Try not to kill them. Take your chopper. Wait till you're in my sights. Let's go. Was ist das? Das war's. Hey, pay attention. That guy's one of ours. Oh, I guess you're shocking. Send these Reapers back to hell. Hold your own, Matthew. We've got allies on the run. We're going, we're going, we're going. Oh, there we go. Zwei, vier, sechs, die Anführung ging. Ich bin beeindruckt. Du bist fast auf die Grenze. Just keep an eye out for the Reaper-Boss. Er ist nicht genau ein Negotiating-Time. Ich bin beeindruckt. 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 Ich bin beeindruckt.